Hi, ich bin Mila und mein magisches Hostie-Morphel kann sich in alles verwandeln, was ich will. Hm, Papa, weißt du, was Dinosaurier fressen? Ja, ich bin nicht sicher. Eich? Vielleicht. Können wir es mit der magischen Zeitreise von Bruder Zeit rausfinden? Ja, aber passt auf, dass nichts durchs Portal mitkommt. Okay. Oh, da sind ein Baby-Ankylosaurus, Baby-Triceratops und ein Baby-Stegosaurus. Oh. Hallo, kleine Dinos. Guck mal, Morphel. Jetzt wissen wir, was die Dinos so fressen. Farm, Moos und Tannensapfen. Oh, nein! Keine Sorge, wir bringen eure Babys zurück. Hä? Hä? Sorry, Papa. Verwandle dich in ein Rennauto, um sie zu fangen, Morphel. Hey, kleine Dinosaurier. Hey, kleine Dinosaurier. Hey, kleine Dinosaurier. Vielleicht kommt er her, wenn du dich auch in einen Triceratops verwandelst. Nicht in meiner Stadt. Komm her, kleiner Dino. Hier, ... oh, ein Dinosaurier. Ah, oh, ah! Oh, oh, oh! Hm, wir brauchen etwas Großes, um sie zurück zur Bruderzeit zu bringen. Morphel, verwandle dich in einen Dinosaurierzug. Hm, warum kommt er nicht mit uns? Ich hab eine Idee. Oh, yay. Jetzt bringen wir dich sicher nach Hause. Sorry, dass wir die Dinos durchs Portal gelassen haben, Papa. Wir konnten sie nicht rechtzeitig aufhalten. Hahaha, ist schon okay. Sie wollten nur ein Abenteuer, genau wie noch jemand. Haha, und wir haben gelernt, dass das Lieblingsfressen des Stegosaurus Tannenzapfen sind. Wo du das sagst, wer hat Hunger? Ich, Morphel. Lass uns Abendessen. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020